Herzlich Willkommen bei der Re-Think MadMinds 2017. Ich bin Peter Hacker, an meiner Seite steht Sven Krüger. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen, in welches Unternehmen Sie arbeiten? Sehr gerne. Ich bin Sven Krüger. Ich bin der CMO von T-Systems. Das ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Wir verkaufen IT und TK-Services an 400 multinationale Konzerne. Wir haben heute Nachmittag vor der Podiumsdiskussion noch einen Kurzvortrag über Artificial Intelligence. Können Sie kurz uns einen Einblick geben, worum es dabei geht? Ja, ich mache eine kurze Einführung, wo ich darauf eingehe, wo wir gerade stehen. Was passiert eigentlich in diesem Bereich? Das Thema ist in aller Munde. Vor allen Dingen im Marketing gibt es auch jetzt schon viele Einsatzmöglichkeiten und es wird natürlich von vielen Menschen auch mit Argwohnen betrachtet. Es gibt Menschen, die haben Angst davor und ich versuche ein bisschen darauf einzugehen, warum das im Grunde ein positives Thema ist. Also es wird unterm Strich die Welt besser machen und ich versuche das zu begründen und auch gleichzeitig aufzuzeigen, dass sich nicht nur die Technologie entwickelt, sondern eben auch die Menschen. Können Sie da konkreter darauf eingehen, wie das bei der Telekom ist? Ja, also bei der Telekom haben wir natürlich auch Projekte in diesem Bereich. Also zum einen ist es so, dass wir selber als Anwender von Artificial Intelligence natürlich in Frage kommen. Zum anderen gibt es als Technologieanbieter auch immer die Möglichkeit, das unseren Kunden anzubieten und wir haben beispielsweise jetzt aktuell Projekte mit Chatbots. Das ist eigentlich so etwas, was gängig ist. Oder mit einem großen deutschen Verkehrsbetrieb haben wir eine optimierte App, die eben sagt, wann werden welche Verkehrsmittel wo eintreffen. Also da ist schon ein ziemlich komplexer Algorithmus dahinter. Und Algorithmus ist wahrscheinlich die größte Herausforderung und auch die ganze Kommunikation. Irgendwann reden wahrscheinlich nur Chatbots mit Chatbots und keiner redet mehr mit Menschen, sondern Maschinen reden mit Maschinen und der Mensch guckt nur zu. Was für einen Einfluss hat das auf das Marketing? Ja, der Einfluss auf das Marketing ist riesig, weil der Einfluss auf das Leben riesig ist. Und Marketing muss eben einfach nachziehen. Und ich glaube, Chatbots sind eben eine Killer-Applikation, die jetzt gerade aufkommt. Also jedes Unternehmen wird in absehbarer Zeit Chatbots einsetzen. Die Chatbots werden die Contact-Center besetzen, werden menschliche Agenten unterstützen, dann irgendwann ersetzen. Chatbots sind aber nur eine Ausprägung. Ich würde es mal größer fassen und sagen, es sind digitale Assistenten oder virtuelle Agentensysteme, die sich im Netz eben mit bestimmten Berechtigungen frei bewegen und die alles mögliche für uns erledigen werden. Und da geht auf jeden Fall eine der unterschiedlichen Zukunftswege hin. Und was macht die Telekom ganz konkret als Projekt oder was sie gerade schon umgesetzt haben oder umsetzen? Also es gibt glaube ich nicht das eine Projekt, sondern wir sind auf ganz vielen unterschiedlichen Projekten unterwegs, die sehr vielfältig sind, so vielfältig wie unsere Kunden und deren Industrien und Bedarfsfälle. Wir selber sind eben jetzt gerade an dem Thema Chatbot dran. Also ich probiere auch jetzt bei uns im Marketing gerade zwei verschiedene Chatbots aufzusetzen. Der eine, der ist gar nicht so richtig Marketing, der ist mehr so Employer-Branding. Da geht es eben darum, dass wir im HR-Bereich, wo wir Talente akquirieren wollen, einen Chatbot einsetzen, der schon mal die Auswahl nach freien Stellen ein bisschen erleichtert. Und dann hätte ich gerne noch einen zweiten Chatbot, der einfach hilft, durch das Cloud-Angebot zu navigieren. Wie ganz konkret sieht der Chatbot dann aus? Was soll er tun und was macht er? Der Chatbot ist ja im Grunde eine ganz einfache Applikation, wo Sie dann zum Beispiel im sozialen Medien unterwegs sind, auf Facebook sagen wir mal. Und dann gehen Sie in den Messenger und stellen eben eine Frage und finden dann eben ein System, was Ihnen auf Basis von vorkonfigurierten Antworten dann eben entsprechend weiterhilft. Also es ist nichts wahnsinnig Aufregendes, da muss man auch keine Angst vor haben. Es stößt auch schnell an die Grenzen. Man ist immer erstaunt, wie tatsächlich irritierend blöd dieses Thema am Anfang sind, aber die lernen eben schnell und werden dann eben besser und leisten richtig gute Services dann. Was wollen Sie denn in Zukunft für die Telekom oder für Ihre Kunden oder mit Ihren Projektpartnern in diesem Bereich machen? Wie gesagt, das hängt immer davon ab, welchen Bedarf der Kunde gerade hat. Ich glaube, dass wir momentan eine Riesenchance haben, weil so viel an Technologie und Innovation da ist, dass die Möglichkeiten beinahe unbegrenzt erscheinen. Wenn ich mir heute irgendwas ausdenken kann, dann kann ich es wahrscheinlich in wenigen Tagen, Wochen, Monaten schon bauen. Und auf Basis dieser Möglichkeiten, glaube ich, ist es für die Kunden wichtig, dass sie das Thema Digitalisierung jetzt ernst nehmen, dass sie nicht den Chancen nachweinen, die sie die vergangenen Jahre verpasst haben, dass sie auch nicht jetzt nochmal ein Jahr warten, bis noch irgendeine Innovation kommt, sondern es ist alles auf dem Tisch. Man muss jetzt überlegen, was ist der Bedarf meiner Kunden? Wie kann ich meine Systeme da entsprechend umstellen? Und was wir als T-Systems dort machen, ist eben vor allen Dingen dabei helfen, dass die Digitalisierung, die ja immer so einfach erscheint, aber in Wirklichkeit im Background sehr, sehr komplex ist, dass wir eben diese Einfachheit, die erlebbar wird, dass wir die auch möglich machen, dass wir die gewährleisten. Indusky 4.0 ist natürlich auch eine große Herausforderung, vor allen Dingen auch für alle Technologieunternehmen. Wie gehen Sie da vor? Optimistisch. Also Sie haben jetzt schon gesagt, es sind so große Herausforderungen, weil wir haben ja alle gelernt, dass man nicht Probleme sagt, sondern Herausforderungen und ich würde sagen Industrie 4.0, das ist eine Chance. Wir sprechen mittlerweile ja ein bisschen größer vom Internet der Dinge oder IoT, Internet of Things und das Endergebnis wird eben sein, dass wir einfach unglaublich viel Intelligenz oder Smartness in einfachen Geräten oder auch Bauteilen haben. Also ich kann halt immer mehr Dinge mit einem Sensor ausstatten, ich kann über den Sensor ein Datum abfragen und kann auf Basis von irgendeinem Ereignis, das ich vielleicht vorhersehe oder programmiere, Funktionen auslösen. Also das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber was ja heute schon gemacht wird, ist eben, dass man durch Einsatz von Sensoren eben weiß, wann Maschinen zum Beispiel gewartet werden müssen, dass man eben vermeiden kann, dass etwas erst in die Werkstatt kommt, wenn es kaputt ist, sondern man geht halt schon vorher zur Wartung, man kann die Lebensdauer erhöhen und damit natürlich auch wieder Kosten senken, was wir die Umwelt tun. Also es hat ganz, ganz viele Aspekte. Wie weit entwickeln Sie dabei noch künstliche Intelligenzen oder Chatbots oder kaufen Sie das alles ein? Also wir kaufen Dinge ein, wir haben ja eine ganze Menge Partner, aber wir entwickeln auch einiges selbst. Wir haben mehrere tausend Entwickler in der Global Systems Integration bei IT Systems und das ist, glaube ich, auch eines unserer Assets, dass wir eben mit sehr viel Industrie-Know-how und auch Prozess-Know-how wissen, wie das Geschäft unserer Kunden funktioniert und dann eben auf der anderen Seite aber auch die Leute an Bord haben mit den ganzen technologischen Skills. Also wir haben eben Menschen, die wissen, wie Algorithmen funktionieren, die wissen, wie Nachrichtentechnik funktioniert, wie mit Daten umgegangen wird und am Ende geht es halt immer darum, die Daten für den Kunden möglichst effizient einzusetzen und diese ganzen anderen, ich nenne es jetzt mal Applikationen, die helfen ja im Grunde nur dabei. Also ich will ja dem Kunden, da wir ein B2B-Anbieter sind, ist es immer der Kunde unseres Kunden am Ende ein tolles Erlebnis verschaffen und dafür muss alles reibungslos funktionieren und da kommen wir halt ins Spiel. Und mit künstlicher Intelligenz, also mit dem Chatbot, um daraus nochmal kurz zurückzuführen, ist ja eigentlich ganz spannend. Ich meine, jetzt rede ich ja erstmal mit einer Maschine. Für mich als Kunde ist es ja vielleicht nicht so eine schöne Wahrnehmung, dass ich mit einer Maschine rede. Wie sehen Sie, welcher Trend wird das im Marketingbereich haben? Das wird auf jeden Fall kommen und ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, dieses Unbehagen, das ist, glaube ich, mehr ein theoretisch abstraktes. Am Ende ist es doch so, dass Sie etwas möchten. Sie sind Kunde, sagen wir mal, Sie haben eine Reise gebucht oder Sie haben etwas bestellt und jetzt haben Sie nochmal eine Frage. Und wie das so ist, die Frage, die fällt Ihnen eben erst abends um elf ein. Oder vielleicht wachen Sie sogar nachts auf und Sie müssen das jetzt beantwortet kriegen. Und dann können Sie jetzt irgendwo anrufen und dann haben Sie entweder einen müden Callcenter-Agenten da sitzen, wo Sie auch nicht wissen, wie ist der gelaunt und was weiß der tatsächlich. Oder Sie haben einen Chatbot, der immer gut drauf ist, weil der so programmiert wurde, der auch immer den aktuellen Zugriff auf die Informationen hat und der Ihnen einfach sofort das liefert, was Sie sich wünschen. Und ich glaube, wenn Sie nicht darüber getäuscht werden, mit was Sie es zu tun haben, dann ist das für Sie im Ergebnis sehr okay. Das stimmt. Also wenn ich das nur aus meiner Erfahrung nehme, wenn man sich manchmal so durch die Telefonhotline so durchklickt, bis man dann mal mit irgendjemandem spricht, das ist ja etwas, was sehr, sehr anstrengend und nervig ist und was keine Kundenerfahrung ist, sondern man halt ist irgendwie sowas Negatives. Aber das wird ja der Chatbot ja wahrscheinlich dann nicht so machen. Na, wenn der Chatbot gut programmiert ist, dann wird der natürlich sowas nicht machen, genau. Das ist ja ein Ergebnis, was man mit Kunden nicht haben möchte. Aber das beginnt ja auch schon da, dass wenn Sie heute zum Beispiel bei einer frequentierten Hotline anrufen, das kann ja auch bei der Telekom passieren, dass Sie eben anrufen und dann wird eben gesagt, wir haben gerade ein hohes Anrufvolumen, die durchschnittliche Wartezeit beträgt fünf Minuten oder so. Und das gibt es natürlich mit virtuellen Agenten nicht. Also solange Sie Leitungskapazität haben, ist einfach sofort einer da, der ist einfach dupliziert. Da geht es nicht darum, ob da 30 oder 200 Menschen sitzen, sondern es ist halt eine Software, die halt im Grunde unendlich skaliert werden kann. Und deswegen muss man zum Beispiel nicht mehr warten. Aber das haben Sie noch nicht im Einsatz? Na ja, wir stellen Infrastruktur für sowas zur Verfügung. Also wir selber setzen das jetzt in der Form noch nicht ein. Das ist sicherlich auch eine Frage der Zeit. Aber eben eine riesige Anzahl von Leitungen bereitstellen, das können wir zum Beispiel. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber Sie bieten ja auch die technologische Infrastruktur mit an. Ja, genau. Was die Chatbot da machen soll, das ist ja dann noch eine andere Frage. Da sind Sie ein bisschen auf den Chatbot fixiert. Ja, ich finde, das ist ja nur so ein kleines Szenario für künstliche Intelligenzanwendungen. Aber okay, das ist natürlich eins, was man jetzt schon sehen und erleben kann. Ich glaube, das ist für mich selber etwas, was man so greifen kann. Weil so künstliche Intelligenz, was stellt man sich denn da vor? Ich meine jetzt, das ist natürlich auch schwer. So wie Digitalisierung ist es ja natürlich ein Begriff, der schwer zu greifen ist. So, was kommt da auf einem zu? Und ich glaube, das ist, glaube ich, die große Frage. So, was kommt auf einem zu? Und was kann man sich vorstellen? Und was kann man halt schon greifbar und nahbar machen? Und ich glaube, das haben Sie ja auch kurz erwähnt. Deshalb bin ich auch ein bisschen auf den Chatbot. Ja, es kommt halt ein ziemlicher Wandel auf uns zu. Also es wird schon sich sehr viel in sehr kurzer Zeit, glaube ich, verändern aufgrund der Geschwindigkeit, mit der jetzt Technologie und Innovationen in den Markt kommen. Unterm Strich werden die Resultate, glaube ich, größtenteils gut sein, weil sehr viel in unserem Leben, was wir jetzt schon toll finden, eigentlich noch gar nicht toll ist. Zum Beispiel, dass ich jetzt immer ein Smartphone aus der Tasche ziehen kann und dann gebe ich halt irgendwas ein und suche das. Also ich meine, wie viel Zeit verbringen wir am Tag mit Suchen? Das ist einer der Gründe, warum jeder Google kennt, weil man da dauernd sucht. Aber im Grunde will ich doch gar nicht auf so einer komischen Glasgleiche rumtippen, sondern ich möchte eigentlich nur eine Antwort auf eine Frage. Nämlich zum Beispiel, wann geht nochmal der Flug am Sonntag? Und dann will ich nicht ewig rumsuchen, sondern dann soll mir einfach irgendjemand oder irgendetwas in meinem Ohr flüstern, in so einem kleinen Stecker, 8.30 Uhr Tegel oder sowas. Und das ist etwas, das kann eben KI. Oder dabei kann KI helfen. Dann haben wir ja aber ein anderes Problem, weil dann verändert sich ja auch quasi, der Konsument verändert sich ja dabei, der ja auch Arbeitnehmer ist. Wenn man jetzt im Callcenter arbeitet, wird das ja überflüssig. Dann arbeitet der vielleicht woanders oder arbeitet gar nicht. Ja. Er arbeitet wahrscheinlich dann woanders. Oder vielleicht arbeitet er ja auch irgendwann gar nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist ja so, das, was Sie ansprechen, ist auch das nächste Angstszenario. Genau. Nämlich, dass KI und Robotik wird Millionen von Menschen arbeitslos machen. Jetzt muss man natürlich auch da einfach mal wieder sehen, es ist nicht so, dass Menschen statisch sind und dann Technologie verändert sich rasend schnell und dann fegt es uns alle vom Tisch. Das ist ja nicht so. Sondern Technologie erfüllt am Ende Bedarfe, die wir haben. Und ich sage Ihnen mal so ein anderes primitives Beispiel, aber irgendwann hat ja irgendjemand mal einen Akkuschrauber erfunden. Und der Akkuschrauber hat auch unglaublich viele Arbeitsplätze vernichtet, glaube ich. Wenn Sie mal überlegen, wie viele Schrauben überall drin sind und sich jetzt vorstellen, das musste man früher alles von Hand machen und jetzt wird das durch Maschinen erledigt oder durch Industrieroboter. Tatsache ist aber, dass aufgrund all dieser Innovationen die Arbeit nicht weniger geworden ist, sondern die Arbeit ist immer mehr geworden. Und es entstehen einfach ganz andere Arbeitsplätze. Und das gibt ja ganz viele Untersuchungen oder Studien dazu, die eben sagen, in 2025 beispielsweise, da wird es einfach, keine Ahnung, 30, 40 Prozent von Jobs geben, die heute noch überhaupt nicht bekannt sind. Also wenn Sie jetzt ein Kind haben, was eingeschult wird, dann wird das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 15 Jahren etwas arbeiten, was Sie jetzt noch überhaupt gar nicht kennen. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich wahr. YouTuber zum Beispiel. Also ob es das noch gibt, weiß ich dann natürlich nicht. Aber so als ich zum Beispiel 20 war, da gab es halt kein YouTube und da wusste auch keiner, was ein YouTuber ist. Heute füllen die aber irgendwie Hallen. Da kommen halt 100.000 Menschen, wenn man sich dreht. Na, da könnte man jetzt sogar streiten, weil früher gab es ja auch schon Stars, Sternchen, Fernsehen, die eine gewisse Reichweite erreicht haben. Und YouTube hat ja eher Menschen ohne einen Fernsehsender eine Möglichkeit gegeben, sich eine Plattform aufzubauen. Genau. Und irgendwie finden Menschen das interessant, bestimmten YouTubers zuzuschauen, die dann halt dazu führen, dass sie halt Hallen füllen können. Das stimmt. Genau. Und da haben sich aber eben auch Menschen verändert. Also der Medienkonsumer sich verändert und die Ansprüche an diese Medien haben sich verändert. Und Technologie begleitet das eben immer. Zum Beispiel, wenn sie jetzt heute das Internet nehmen, dann ist es einfach stark dominiert durch Bewegtbild und Interaktion. Das geht natürlich nur, weil ein Unternehmen wie beispielsweise die Telekom dafür sorgt, dass wir eine Infrastruktur haben, die das auch leistet. Also wenn jetzt hier in Hamburg zum Beispiel irgendwie 500.000 Menschen gleichzeitig auf ihren Smartphones sich irgendwelche YouTube-Videos angucken, dann muss das halt irgendwo durch. Das stimmt. Also Sie sehen die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sehr positiv und denken, dass der Wandel, der auf uns zukommt, sehr spannend und interessant sein wird. Ja, ich habe ja die Wahl. Also wenn ich denke, dann denke ich lieber positiv. Aber klar, das wird natürlich nicht immer alles rosa-rot sein, sondern es ist sicherlich so, dass wir auf Probleme stoßen werden. Das sind aber dann, glaube ich, keine... Das sind, glaube ich, nicht unbedingt technologische Probleme, sondern das sind dann eben gesellschaftliche Probleme. Also Dinge, die wir politisch lösen müssen. Wir müssen uns eben Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn damit umgehen, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo immer mehr Menschen alt werden und pflegebedürftig sind. Also wie sorgen wir dafür, dass auch jeder Teilhabe hat an diesen ganzen Innovationen, die da sind. Also an diesen... Ich spreche jetzt davon, dass sich die Welt verbessern wird, aber dann muss man es eben auch spüren. Und ich glaube, das ist halt schon so ein Stück gesellschaftliche Verantwortung, was wir nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Unternehmung dann tragen, um eben dafür zu sorgen, dass das passiert. Ich glaube, die Menschen abholen, vor allen Dingen bei solchen technologischen Prozessen, ist sehr wichtig. Genau. Und das fängt vielleicht auch mit einer Sprache an oder mit Angeboten, die eben jeder begreifen oder nutzen kann. Danke für den kurzen Einblick, den Sie uns gegeben haben. Sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen nachher viel Spaß bei Ihrem Vortrag und der Podiumsdiskussion. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.